heute haben wir den 6 juli 2015. lucia und ich sind unterwegs. wir sind hier in geldern. im kreis klebe. das ist in germany. die bauern sind also schon erntemachen. die letzten tage der hitze. hier im kreis klebe fangen die also alle an. die beeilen sich jetzt. nach dem unwetter würde ich auch machen. das ist also hier jetzt weizen gewesen. oder bei der gerste. weizen. weizen machen die schön. also hauen die jetzt also ziemlich ran. die kreis klebe am niederrhein. die bauern bei der